So, ich glaube, ich beginne mit der Beseitigung dieser Tiere erstmal, bevor wir, hallo, irgendwas machen. Tschüss. Kann man eigentlich eine Leiter bauen? Das möchte ich gerade mal. Eine Leiter. Was ist das hier? Ne, keine Leiter. Ja, ist eine Leiter. So, dann fange ich erstmal an, hier eine Leiter zu bauen. Bevor ich irgendwas anderes mache, damit wir hier ordentlich hochkommen. Das kann doch alles hier rein. Oder auch nicht, weil wir keinen Platz mehr haben. So. Ich würde gerne wieder runter gehen. Na, ich will nach unten. Hallo. Ah, man soll die so runter gehen. Alles klar. So. Na. Oh, hallo. Ist denn doof? Eindeutig. Ja. Danke. Du Tier. Mhm. Wo geht's denn? Ach so, da oben. Also. Mit den Leitern ist noch etwas verbackt, glaube ich. Ich weiß nicht. Hallo. Naja, spontan sagen, das soll nicht so aussehen. So, haben wir das. Ich muss hier auch erstmal eine Fackel hier links und rechts aufstellen, damit wir wissen, wissen, dass hier das Ding ist. So, Frage ist, in welche Richtung bauen wir? Da hinten hätten wir den Ausblick, hier hätten wir den. Hm. 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 So, ich glaube, wir bauen ihn nach vorne. So. Ich sehe gar nichts irgendwie, ob hier irgendwo eine Lücke ist oder nicht. Nein, hier ist aber keiner mehr. Bisschen, fangen wir mal mit dem hier an. Ich weiß ja nicht, ob das so gut aussieht. Äh. Naja, das ist halt zu weit vorne. Also zu weit an der Leiter, meine ich. Gegen der Tür. Und so weiter. Ja, das war eins zu viel. Ja, das war eins zu viel. Ich nehme mal von hier unten. Wenn ich von hier unten nehme, ist das weniger problematisch, hoffe ich. Ich brauche noch ein bisschen diesen Blättern. So. 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 So, mach ich da noch eins hin. So, das müsste ja jetzt schon reichen, denke ich. Sehr schön. Dann denke ich noch eine Tür, ne, wir nicht, können wir eine craften. Ja, aber was denn? Ah, hier. Ja, tatsächlich. So, hier kommen wir hoch. So, Frage ist, ob wir sonst... Okay, wir brauchen... Was brauche ich denn? Das hier, oder? Das brauche ich auch hier oben. Ich stelle mal hier hin. So. Oh, das brauchen wir auch auf jeden Fall. So. So. Ähm, zurück. Hallo. Oh. Oh. Ich weiß nicht, ob das formschön wird. Wahrscheinlich wird das nicht so wunderschön aussehen. Das tut mir dann auch etwas leid. Ah, ich wollte nur gucken, ob wir... mal gucken, wie man nochmal Glas macht. Ich war mir nicht so sicher, ob das damit funktioniert hat oder nicht. Hier windelt es nur sofort irgendwelchen Viechern. Ja. Danke. Ich hätte hier einfach oben bleiben sollen, während es dunkel ist. Oh, das mit den Leitern funktioniert echt gar nicht. Beziehungsweise sehr wenig. Äh. Warum ist er denn hier? Oh. Alter. Warum? Ich hab... Hallo. 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 Oh. Oh, lass es doch einfach mal. Blödes. Ding. Das ist ja von mir. Kommt die jetzt alle hier hoch wegen der Leiter oder was? Ist das für die auch gut? Dankeschön. Ja. Ich brauche das Vieh. Ähm. Ja. Ich wollte doch gucken. Gegen Sand. Nee. Okay. Das hier mit. Okay. Das hier mit. Ah, genau. Okay. Okay. Das finde ich gut, dass wir hier nicht unbedingt, ähm, Kohle brauchen, sondern auch andere Dinge benutzen können für, äh, also zum Verbrennen. So. Hier muss Glas hin. Ja. 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 Ah, danke. Hab ich hier... was? Ah, hier hab ich gar kein Glas gesetzt. Das sieht man auch irgendwie nicht so gut. Beziehungsweise sieht man das Glas hier fast gar nicht. Was ich eigentlich gar nicht unbedingt schlecht finde. So. Das Dach. Das Dach ist jetzt so eine Frage... Moment, mach ich noch kurz was probieren. Ja, das ist cool. Ich hab nämlich gesehen, dass wir auch so... so was Spitzes machen können. So ein spitzes Dach. Zwei Dach. Okay. Dazu brauchen wir Honig. Aber Honig hab ich doch, oder? Naja, hab ich tatsächlich nicht. Hm. Frei ist aber auch, wenn ich das... wenn ich mich jetzt von hier... wegbewege, finde ich das mit Sicherheit nicht wieder. Hm. Tja. Aber ich bin mir sicher, dass ich bei uns schon noch, äh, sowas hab. Ich probier's einfach mal. Was soll's. Was soll's. Hier ist keins, auch nicht. Scheiße, okay, ich habe auch hier keinen Honig gemisst. Also ich mache mich jetzt auf die Suche nach Honig. Ich habe auch hier keinen Honig gemisst. Ich habe auch hier keinen Honig gemisst. Ich habe auch hier keinen Honig gemisst.